Am Donnerstag, am Tag der Vereidigung des rot-rot-grünen Senats, war die Stimmung noch ungetrübt. Ein breites Strahlen lag auf der künftigen Regierungsmannschaft. Doch der Start sollte nicht so glänzend bleiben. Schuld daran ist die Personalie André Holm. Der designierte Staatssekretär, der unter Bausenatoren Katrin Lomscher die Wohnungspolitik des Senats stärker auf Geringverdiener und Bedürftige ausrichten soll, hat eine Stasi-Vergangenheit. Der Soziologe war 1989 als 18-jähriger Abiturient im Stasi-Wachregiment Felix Zerczynski, um hier eine Stasi-Laufbahn zu starten. Ein Jahr arbeitete er als Offizierschüler in der Auswertungs- und Kontrollgruppe der Berliner Bezirksverwaltung der Stasi, kurz AKG. Holm selber reagierte auf Twitter und Facebook und kündigte einen offenen Umgang mit seiner Biografie an. Wie ist die zu bewerten? Was bedeutete der Dienst im Stasi-Wachregiment? Wir fragen nach beim Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität. Das Wachregiment des MfS, mit Namen Felix Zerczynski, nach dem Chef der sowjetischen Geheimpolizei benannt, war ein Regiment, was Gebäude bewacht, Regierungsgebäude, MfS-Gebäude, auch Gefängnisse bewacht, im Hohenschönhausen eingesetzt war zum Wachdienst. Und es war vor allem ein Kaderreservoir, ein Personalreservoir für das MfS. Die jungen Leute, die dort ausgebildet wurden, hat man häufig, sehr häufig in den hauptamtlichen Dienst übernommen. Oder sie haben auch schon beim Eintritt unterschrieben, dass sie hauptamtliche MfS-Leute werden wollen. Das heißt, es fand am Anfang auch schon eine Auslese statt. Also da kam man nicht einfach so rein, das war schon ein bewusster Akt, dort reinzugehen. Das auf alle Fälle, das war vom MfS her gesehen eine militärische Einheit des MfS, die auch im Kriegsfall Sonderaufgaben hätte übernehmen müssen. Es war durchaus eine Eliteeinheit gegenüber dem normalen Wehrdienst. Und es war eine Einheit, die ausgesucht Leute aufgenommen hat, die politisch überprüft waren, die vom Elternhaus, von ihrer politischen Haltung her ganz eindeutig und fest nicht nur zum DDR als Staat standen, sondern auch zur Tätigkeit des Ministeriums für Staatssicherheit. Müsste man es dann schon per se als kritisch sehen, dass Menschen, die hier gedient haben, die diesen Weg gegangen sind, in hohen Ämtern im öffentlichen Dienst wiederzufinden? Also zunächst mal käme es darauf an, was diejenigen gemacht haben in diesem Dienst oder danach. Wenn ein 18-Jähriger in eine militärische Einheit eintritt, würde ich sagen, ist das noch kein Grund, ihm nicht zuzugestehen, dass er mehr als 25 Jahre später dazugelernt hat und im öffentlichen Leben und in der Politik Positionen begleiten kann. Wir haben in der Bundesrepublik ja schließlich auch die Fälle gehabt, dass ehemalige NSDAP-Mitglieder höchste Staatsämter begleitet haben. Kommen wir auf André Holm zu sprechen. Wie bewerten Sie diese Personalie von dem Wissen, was Sie jetzt konkret haben? Also von der Gehaltsliste, die wir zur Auswertung haben, aus der Gehaltsliste wird deutlich, dass er entweder vorgesehen war oder schon gearbeitet hat in einer Einrichtung, die AKG Berlin, MFS Berlin hieß. Und das war eine Auswertungseinrichtung, die ausgewertet hat, die Berichte von hauptamtlichen, aber auch von inoffiziellen Mitarbeitern, beispielsweise über DDR-Oppositionelle, aber auch über ganz normale Bürger, die sich gar nichts Regimekritisches zu Schulde kommen ließen, aber auch, und was im Fall der jetzigen Koalition interessant ist, auch weitergegeben hat, die Namen von Mitgliedern der alternativen Liste Berlin, heute die Grünen, die nach Ostberlin einreisen wollten und das nicht durften, die an der Grenze gesperrt wurden. Also diese Einheit AKG war auch dafür zuständig, die Einreise von grünen Politikern nach Ostberlin zu verhindern. Wie kann ich mir diese Auswertung konkret vorstellen? Was haben diese Leute speziell gemacht? Die AKG, also Auswertungsgruppen, die es in jeder Einheit des MFS gab, sowohl in den Haupteinheiten als auch in den Bezirkseinheiten, haben das Material, was sozusagen von den einzelnen Untergruppen, von den Unterorganisationen gekommen ist, ausgewertet, gefiltert und in kurze Berichte gebracht, sodass andere Einheiten damit arbeiten konnten. Also es war im Prinzip schon eine zentrale Einrichtung, um beispielsweise das Spitzelwesen an der Basis mit Informationen zu füttern. Nun sagt Herr Holm, Herr Dr. Staat, dass er dergleichen nicht getan hat, dass die Wende ihm quasi zuvor gekommen ist, wie er sagt, zum Glück, dass er eigentlich nur abgewickelt hat und niemandem geschadet hat. Wie kann man das verifizieren? Also ob jemand niemand geschadet hat, wenn er schon in einer solchen Einheit wie dieser Auskunftseinheit in Berlin gearbeitet hat, würde ich bezweifeln. Das Argument, niemand geschadet zu haben, wird immer vorgebracht, wenn Leute Informationen weitergegeben haben. Sie haben aber keine Kontrolle darüber, was mit diesen Informationen passiert. Herr Holm müsste Auskunft darüber geben, ob er in der AKG gearbeitet hat und für welche Bereiche er dort zuständig war. Dann könnte man das beurteilen. Aus den reinen Unterlagen, die vorliegen, kann man über die Tätigkeit dort, wenn sie stattgefunden hat, eigentlich nicht viel sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass die Einstellung als Staatssekretär doch kritisch zu sehen ist angesichts der Praxis in anderen Bundesländern und beispielsweise der Praxis in der Stasi-Unterlagenbehörde, wo Herr Jahn Fördner versetzen will oder entlassen will, die bei Felix Dscherczynski gearbeitet haben. Das heißt, eine Bundesbehörde möchte diese Leute nicht beschäftigen und der Berliner Senat stellt sie als Staatssekretär ein. Das heißt, da gibt es auch keine einheitliche Linie? Es gibt keine einheitliche Linie, aber es ist schon meines Erachtens von Belang, ob man das Signal setzt und sagt, die Zeit ist reif, dass wir ehemalige MFS-Leute, die als junge Leute beim MFS gearbeitet haben, in Staatssekretärspositionen setzen, dann bedeutet das, dass man auch an anderer Stelle nicht diese Leute rausschmeißen kann. Nun hat die Senatorin Katrin Lomscher deutlich gemacht, dass Herr Holm ja noch überprüft wird. Das wird ja jeder, der in der Verwaltung arbeitet. Erhoffen Sie sich da noch weitere Erkenntnisse? Wenn das eine ordentliche Überprüfung ist, die auf der Grundlage des Materials und seiner Angaben stattfindet, denke ich, dass da schon ein gutes Ergebnis rauskommen wird zur Beurteilung der Frage, ist er als Staatssekretär tragbar oder nicht. Darauf will die CDU-Fraktion nicht warten. Ein Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller wurde verfasst, in dem dieser aufgefordert wird, die Ernennung Holms zum Staatssekretär zu verhindern. Und das aus einer ganzen Reihe von Gründen. Der offenkundigste Anlass ist die nun im Raum stehende Stasi-Tätigkeit von Herrn Holm, die hohen spricht dem Umstand, dass wir hier in der wiedervereinigten Stadt Berlin nach wie vor viele Menschen haben, die unter dem Regime der Stasi gelitten haben und die zu Recht sagen, dass sie sich durch eine solche Personalie auch verletzt fühlen. Und das kann ich auch verstehen. Darauf muss man Rücksicht nehmen. Selbst ein linker Ministerpräsident in Thüringen hat zu Amtsantritt klar gesagt, jemand mit Stasi-Vergangenheit kommt in Thüringen nicht in führende Regierungsfunktionen. Dass er Michael Müller dieses Format nicht von Anfang an besitzt, das enttäuscht mich schon sehr und das besorgt mich auch. Hinzu kommt aber, dass bei Herrn Holm ja noch über die vergangenen Jahre hinweg Einstellungen zu beobachten sind, die genauso wenig in eine demokratische Regierung passen. Wenn ich in seinem Blog noch 2014 nachlese, dass er zum Beispiel Hausbesetzungen für ein effektives Mittel sozialer Wohnungspolitik hält, dann habe ich große Zweifel, ob Herr Holm als Wohnungsstaatssekretär in Berlin überhaupt tätig sein dürfte. Dann hat uns Dr. Staat von der FU auch gesagt, dass in anderen Bundesländern so eine Personalie nicht denkbar wäre. Wie würden Sie das Signal bewerten, was von Berlin ausgehen würde, wenn denn Herr Holm Staatssekretär wird? Michael Müller und viele andere haben ja gesagt, dieses Modell, diese rot-rot-grüne Konstellation soll auch ein Modell für den Bund sein. Und dieses Signal, das jetzt ins Land geht, ein Signal von fehlender Sensibilität für die Opfer des Staatsregimes, von Geschichtsvergessenheit, dann halte ich das für dramatisch. Und ich wundere mich sehr, dass so etwas für Berlin überhaupt denkbar ist. Für mich wäre es das bis vor kurzem nicht gewesen. Für Andreas Otto ist die Situation nicht einfach. Der grüne baupolitische Sprecher der Fraktion gehörte in der DDR der Opposition an, war also im Visier der Stasi und muss jetzt mit einem ehemaligen Stasi-Mitarbeiter in der Regierung zusammenarbeiten. Von der belasteten Vergangenheit Holms wusste er bis dato nichts. Ich war davon überrascht. Und wie war Ihre Reaktion, ganz spontan? André Holm ist bekannt als jemand, der sich mit wohnungspolitischen Prozessen beschäftigt. Von daher gibt es das schon in Bezug. Seine Stasi-Tätigkeit war mir nicht präsent. Jetzt wissen Sie es. Sie haben in der DDR auf der Gegenseite gestanden. Was ist das? Kommen Sie damit klar? Haben Sie damit ein Problem? Können Sie das trennen? Also, was überraschend ist in der jetzigen Situation, dass sehr, sehr, sehr deutlich wird, wie wichtig die Weiterführung der Aufarbeitung ist. Und da bin ich ganz froh, dass wir das in den Koalitionsvertrag auch reingeschrieben haben. Die Aufarbeit muss weitergehen und die muss so weitergehen, dass wir tatsächlich irgendwann zu einem Punkt kommen, wo wir erreichen, dass Menschen miteinander reden können und sich auch austauschen. Und das ist in diesem Fall auch so, dass wir nicht immer nur die Seite der Stasi betrachten, sondern auch die der anderen. Nun sind Sie der Bauexperte in der Fraktion. Der Staatssekretär André Holm wird genau in dem Ressort tätig sein. Das heißt, es wird da Anknüpfungspunkte geben und das sehen Sie auch relativ reibungslos funktionierend. Wir werden, das wird der Senat tun, jetzt eine Überprüfung nicht nur von Herrn Holm, sondern auch aller anderen Senatsmitglieder und Staatssekretäre anschieben. Wir werden das auch im Parlament machen. Diese Überprüfung ist hier Tradition im Parlament auf eine Stasi-Tätigkeit. Wenn diese Überprüfung gelaufen ist, dann guckt man sich die Ergebnisse an und bewertet die und dann folgt daraus, ob man zusammenarbeiten kann oder nicht. Das ist ein, wie ich finde, relativ normaler Vorgang. Es wird nochmal deutlich jetzt durch den Fall Holm, wie wichtig das auch heute noch ist. Zusammenarbeiten im politischen Raum muss man grundsätzlich mit sehr vielen und das probieren wir dann auch. Nun wird seitens der Opposition Herr Holm nicht nur kritisiert wegen seiner Stasi-Vergangenheit, sondern auch wegen der Dinge, die er danach getan hat und für die er steht. Das ist, sagen wir mal, ja nicht so die klassische Wohnungsbaupolitik, die man so kennt. Er hat sich für Hausbesetzung ausgesprochen zum Beispiel und vertritt ja nur nicht so das, was wir die letzten Jahre erlebt haben. Wie bewerten Sie das? Ich gehe mal davon aus, dass hier die Staatssekretäre das zu machen haben, was im Koalitionsvertrag steht und was die Parteien und Fraktionen sich vorgenommen haben. Was man da für eine Privatmeinung hat, ist, glaube ich, noch ein anderes Thema. Egal, wie der Regierende sich morgen verhalten wird, ein Durchstarten mit einem neuen Politikstil sieht anders aus. Musik 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 Musik